Guten Abend, endlich mal neue Schnee auch im Flachland und jetzt in der Nacht kommt neuer Schnee hinterher. Das geht aber ganz schnell in Regen über, wie Sie hier sehen können. Der erreicht bis zum frühen Morgen fast schon den Osten und am längsten trocken bleibt es in dieser Nacht ganz im Osten, hier zwischen der Ostseeküste und Ostsachsen. Sonst machen Sie sich wieder auf winterliche Straßenverhältnisse gefasst, auf Schnee, Schneeregen, Schneematsch bei starkem Wind aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen in dieser Nacht sinken auf plus vier bis minus fünf Grad. Schnee und Regen der Nacht ziehen morgen über Tag weiter ostwärts. Dann ist das Mais stark bewölkt, hin und wieder können Sie aber auch ganz schön die Sonne sehen. Zum Beispiel an der Nordseeküste oder auch an der Mosel. Es wird weiter schneien, besonders hier in den östlichen Mittelgebirgen bei Temperaturen von ein bis drei Grad. Deutlich milder ist es schon im Westen. Und jetzt schauen wir in die kommende Woche, da wird sich dieses Sturmtief über dem zentralen Mittelmeer nämlich nach Osten verabschieden. Und bei uns in Mitteleuropa etabliert sich ein Hoch. Das bedeutet jetzt im Winter nicht unbedingt nur strahlenden Sonnenschein, sondern es gibt häufig auch Wolken und Nebel. Schnee fällt aber eigentlich nur noch im Südosten am Montag. Schönes Wochenende.